Jane ging zurück zur Haustür, wo ein mit Blutspritzern übersätes Stethoskop am Boden lag. Hier ist er über sie hergefallen. Hatte der Mörder schon auf sie gewartet, als sie gestern Abend zur Tür hereinkam? Oder wurde er überrascht, als er den Schlüssel im Schloss hörte und geriet in Panik, als ihm klar wurde, dass er jeden Moment entdeckt würde? Der erste Schlag ist noch nicht tödlich. Sie lebt noch, ist noch bei Bewusstsein. Jane folgte der Spur aus verschmiertem Blut, die sich über den Fußboden zog und vom verzweifelten Versuch des Opfers zeugte, dem Angreifer zu entkommen. Sie führte von der Haustür durchs Wohnzimmer und weiter an dem leise blubbernden Aquarium vorbei. Und hier endet es, dachte Jane, als sie auf den Leichnam hinabblickte. Sophia Suarez lag auf der Seite, mit angezogenen Beinen wie ein Embryo in der Gebärmutter. Sie trug ihre blaue Schwesternuniform, das Namensschild vom Krankenhaus steckte noch an ihrer Bluse. S. Suarez – registrierte Pflegekraft Eine Blutlache hatte sich um ihren zertümmerten Schädel gebildet, und ihr Gesicht, das auf dem Hochzeitsfoto so vor Glück strahlte, war bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert. S. Suarez – ich kann die Umrisse einer Schuhsohle erkennen, hier in diesem Blutspritzer, sagte Maura. S. Suarez – und da drüben ist noch ein partieller Abdruck. Jane ging in die Hocke, um den Schuhabdruck zu inspizieren. S. Suarez – sieht nach einer Art Stiefel aus, Männerschuh, ungefähr Größe vierzig. Jane wandte sich zur Haustür um. Ihr Stethoskop liegt nahe bei der Tür. Sie wird angegriffen, sobald sie das Haus betritt. Schafft es noch, sich bis hierher zu schleppen, wo sie sich in Embryonalstellung zusammenrollt, vielleicht in dem Versuch, sich zu schützen, ihren Kopf abzuschirmen. Und er schlägt noch einmal zu. Habt ihr die Waffe schon gefunden? Nein. Wonach sollten wir suchen? Maura kniete sich neben die Leiche und teilte mit ihrer behandschuten Hand behutsam die Haare der toten Frau, um die Kopfhaut freizulegen. Die Wunden sind scharf begrenzt, kreisförmig. Ich würde sagen, ihr müsst nach einem Hammer mit flachem Kopf suchen. Einen Hammer haben wir bisher nicht gefunden, weder mit noch ohne Blut. Janes Partner Barry Frost trat aus dem hinteren Schlafzimmer. Sein normalerweise blasses Gesicht war erschreckend rot und sonnenverbrannt. Die Folge seines gestrigen Strandausflugs, bei dem er keine Kopfbedeckung getragen hatte. Es tat Jane schon weh, wenn sie ihn nur anschaute. Ich hab weder ihre Brieftasche noch ihr Handy finden können, sagte er. Aber dafür hab ich das hier gefunden. Es war im Schlafzimmer eingesteckt. Er hielt ein Ladekabel hoch. Scheint zu nem Apple-Laptop zu gehören. Und wo ist der Laptop? Nicht hier jedenfalls. Bist du sicher? Willst du selber nachschauen? Entgegnete Frost. Es sah ihm gar nicht ähnlich, so gereizt zu reagieren. Aber vielleicht hatte sie es herausgefordert. Und er litt bestimmt unter seinem Sonnenbrand. Es kommen nicht nur einiges, oder es kommt unter dem Zeitpunkt. Vielen Dank.